Ich bin Pastor Henry Hildebrandt. Nun haben wir hier gute Nurecht gekriegt von Manitoba. Die Regierung hat überrascht gebackt und gesagt, sie können doch die Parkinglot durch Versammlung haben. Das ist unbedingt ein schrägbarer in der reichte Richtung. Das ist noch nicht, was das sein soll, im Großen und Ganzen. Aber das ist unbedingt ein schräg in der reichte Richtung. Das ist nicht bis für Winnipeg, das ist für ganz Manitoba. Da sind wir auch sehr dankbar für. Wir wollen wieder einzig beten, dass Gott die Regierungsmänner halten möchte. Auch in 2020. Gott ist immer alles. Gott steht das höchste. Und was immer die Gesatzen sind, sie können nicht die Gesatzen je in der Bibel merken. Gott ist das höchste. Sein wird steht fast. Wir können sie nicht ändern. So wir sind dankbar für diese Gebetserührung. Und wenn wir wieder beten, dass Gott noch Sinn war.